herzlich willkommen auf dem video kanal von ungarn meine neue heimat im anschluss sind die täglichen nachrichten vom ungarischen fernsehsender m1 deutscher sprache den wir hier bei uns eingebunden haben bitte teilt unser video in den sozialen medien damit auch andere genutzt ehrliche nachrichten kommen können und nun wünschen wir euch viel vergnügen bei den aktuellen nachrichten aus ungarn und der welt guten namen meine damen und herren ich begrüße sie zu den deutschsprachigen nachrichten aus ungarn mein name ist aron schmidt das parlament bildet jenes gesetz welches den korona notstand aussetzen soll allerdings halte die regierung einige verordnungen die während der pandemie eingeführt wurden nach wie vor für notwendig wie auch einige schutzmaßnahmen auch das diesbezügliche gesetz wurde vom parlament gebilligt die linken parteien stimmen für die aufhebung der gefahrenlage lehnten jedoch die verlängerung der schutzverordnung ab die besondere rechtsordnung die zum schutz gegen die corona pandemie eingeführt wurde habe ungarischen familien eine finanzielle unterstützung in höhe von 3000 milliarden vorhin gesichert sagte der kanzleiminister nach der abstimmung im parlament gerger gujas fügte hinzu wenn der parlamentspräsident und das staatsoberhaupt die rechtsvorschrift innerhalb kürzester zeit unterzeichnen könnte diese schon ab mittwoch mitternacht in kraft treten das notstandsgesetz konnte dank der erfolgreichen schutzmaßnahmen aufgehoben werden somit werde die besondere rechtsordnung nicht mehr benötigt sagte der mitarbeiter des krisenstabsbereitschaftsdienstes robert kisch fügte hinzu mit dem auslaufen der gefahrenlage können weitere lockerungsmaßnahmen eingeführt werden ein urlaub im inland sei momentan die sicherste wahl meinte der infektologe in einem interview mit m1 janus slavik sagte es sei selbstverständlich dass nach den grenzöffnungen einige familien ihren urlaub in naheliegenden ländern planen würden dennoch sei es empfehlenswert dass beim aussuchen des reiseziels die fallzahlen in den einzelnen ländern miteinander verglichen würden und eine reise nur in jenen ländern unternommen werde in dem diese niedriger sind als die in ungarn erklärte der fachmann auch mit rumänien wurden die beschränkungen bei der einreise aufgehoben der minister für außenwirtschaft und auswärtige angelegenheiten kündigte über social media an dass ab dienstag mitternacht beim grenzübertritt zwischen ungarn und rumänien die quarantänepflicht für die staatsbürger beider länder entfällt ungarische und rumänische staatsbürger können ohne eine zweiwöchige quarantäne die grenzen passieren wir bedanken uns bei rmds und beim parteivorsitzenden humor kellemann dafür die frage bei uns kontinuierlich auf der tagesordnung gehalten zu haben sie sahen die nachricht aus ungarn ich wünsche ihnen einen schönen abend auf wiedersehen gerne könnt ihr auch unseren kanal abonnieren und um immer informiert zu sein einfach mal die glocke drücken bitte nicht erschrecken aber jetzt kommt die volle wahrheit ihr hört dass ich kaum noch reden kann ja das heißt ich kann noch keine feste nahrung mehr zu mir nehmen milch und yoghurt geht und ja zahnlücke die brücke haben sie mir auch geklaut im krankenhaus ja ihr versteht jetzt warum ich keine kommentare mehr bringen kann sondern nur schriftlich und auch schon schlimm weil ein auge erklärt ist und ja das dort wird mich bei euch bedanken folge treue ja vor ich jetzt liegt folge tollen worte ab montag habe ich chemo eine woche danach drei wochen bestrahlung muster für jedes mal in die nächste größere stadt gefahren werden das sind jedes mal 50 km eine tour hin und zurück 100 patrioten und kollegen haben eine spendenaktion in die welt gerufen um mir dabei mit den fahrkosten zu helfen und ja schon meinen lieben dank dafür im kopf bin ich klar total aber kommt nicht raus wenn ich was tränke dann habe ich mir das gefühl ich schicke also hat das hammer ich versuche jeden tag weiter euch nachrichten hoch zu laden aber ja wie gesagt tschuldigung das ist echt für starke nerven hier die zogenwurzel ist angegriffen und der tumor ist hier oben wir haben uns aber nicht komplett raus genommen weil das zusammen sehr nerv war und auf dem gehör gängen ja leute ich hab euch lieb bleibt mir treu und wenn ich unterschritten will ja diesmal gebe ich mal meine nummer unten an paypal oder auf konto mit mir reicht die kleine summe um da irgendwie hinzukommen betteln ist normal nicht so mein ding aber allein pack ich das nicht muss ja auch für alle medikamente selber zahlen und so also ist schon der hammer außer die chemo zahlt natürlich mal krankenkasse in deutschland aber sonst nichts gute lieben ich hab euch lieb